aber da fällt da die kaum ab der mann aus großbritannien wiegt 110 kilogramm und er präsentiert sich in der form seines lebens dreimal scheiterte er bei dem versuch weltmeister zu werden nur um einen punkt andere hätten aufgegeben da die versucht es ein viertes mal dann haben sich erwähnt der auch dreimal knapp scheiterte bei der stürmung des gipfels